So, nun gehen wir jetzt hier zum Telefon... TELEPHON. Wapp, näap, 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 näap. Der abgerissene Telefonhörer, mit dem Luke Jupsen zu telefonieren, fliegt. Ist ja eines eines Deines Lieblings-Items, die man mit sich rumsteppen kann. Ich finde es ganz interessant, wie selbstverständlich halt irgendwie diese Edna halt erstmal Juppies Telefonat halt nimmt, obwohl sie ja eigentlich eins und eins zusammenzählen kann und halt eigentlich weiß, dass das so nicht ganz funktionieren kann und dann halt dieses Spiel halt ganz natürlich mit sich weiter rumträgt. Und deswegen finde ich es auch schon fast ein bisschen schade, dass man den Telefonhörer hier an dieser Stelle tatsächlich physisch richtig benutzen muss, um aufzulegen, um halt an eine Münze zu kommen. Ja, das ist fast ein bisschen schade. Und dass man das Rätsel nicht weiter auf der Ebene lösen muss, sondern halt hier irgendwie in die Realität zurückkehren muss. Ganz wichtig fand ich übrigens, um Ednas Charakter noch ein bisschen Tiefe zu geben, dass sie hier tatsächlich in diesem Screen das erste Mal für irgendetwas auch ein bisschen Respekt zeigt. Sonst ist ja eher von kompletter Respektlosigkeit, Respektlosigkeit geprägt. Also im Gespräch mit Harvey streitet sie sich darüber, wie man Respekt überhaupt schreibt. Das ist die Kunst der Insassen. Das wird Edna plötzlich ganz unangemessen mitfühlend, wenn sie sich die Sachen anguckt. Und das sind tatsächlich zwei der wenigen Objekte im ersten Kapitel des Spiels, die man nicht beschmieren kann und nicht kaputt machen kann, weil sie wirklich das als wichtig erachtet, dass ihre Mitinsassen sich auf diese Phase hier an der Pinnwand ausdrücken. Ich kapiere nicht, was Poki jetzt meint von wegen, das sei nur ein Spiel. Das ist gar keine Realität, dass der telefoniert. Ich meine, er hat das weltweit erste Handy in der Hand. Wieso sollte er damit nicht telefonieren können? Das ist ein Poki, der plötzlich so eine moderne Technik-Bitch geworden. So, hier haben wir Schild. Das Schild hätte ruhig ein wenig subtiler sein dürfen. Echt mal. Ich meine, was willst du mit dem umgedrehten Zähler drauf? Nein, ich will nicht schuld sein, wenn niemand mehr zum Telefon findet. Das stimmt auch. Aber man könnte das Schild ein bisschen schöner malen, damit man leichter zum Telefon findet. Hallo Schild. Hast du mir was zu sagen? Wende dich rechts, um zum Telefon zu gelangen. Danke, freundliches Schild. Es hat wenigstens eine ganze Menge Respekt zu uns. Ich benutze dieses Schild zur Orientierung. Geil. Das Telefon ist rechts. Boah, na gut, ist es ja nicht. Das ist nur der Telefonkasten. Schau mal, Harvey, ein Schild. Ich führe dich zum Schilde. Das weiß ich doch. Ich wollte dich nur auf dieses Schild aufmerksam machen. Mir gefällt dein verdichtiger Unterton nicht. Mann, Harvey, komm mal runter. Ich hab doch nur... Wenn ich planen würde, die Raumzeit zum Kollabieren zu bringen, wäre der Himmel da nicht orange-rot? Was? Aber der Himmel ist heute orange-rot. Das kann viele Gründe haben. Dazu brauche ich jetzt nichts mehr zu sagen, denke ich. Was wurde... Left. Das ist aber... Das ist aber rechts. Lol. Gut, dass sie diese Trainingsschilder hier aufgestellt haben. Ich muss mich später bei diesem Ritter vom Weißen Wurm auf blauem Grund bedanken. Geil. Die denken ja richtig an unsere... Äh... Äh... An uns. In diesem Bild hat sich Käpt'n unbrauchbar verfahren. Im nächsten Bild sucht Nützlich-Boy im Handschuhfach nach dem Stadtplan. Ich wollte jetzt sagen, die denken an unsere Gesundheit nur. Das macht irgendwie wenig Sinn, deswegen... Die denken an unser Wohl. Inspektor Konrad ermittelt. Ja. Die Spur führt nach rechts. Wo geht es noch gleich zur Gruppentherapie? Nicht schwer zu sagen. Ich weiß nur, wo das Telefon steht. Ja, und wo ist es denn? Wie gesagt, das hier ist ja jetzt kein Telefon und außerdem steht das nicht. Das hängt an der Wand. En Garde! Gut, dass sie diese Trainingsschilder hier aufgestellt haben. Ich muss mich später... Ich bin nicht schön an unser Wohl. Hier gabeln sich unsere Wege. Mhm. Wo bitte geht es noch gleich zur Küche? Schwer zu sagen. No. Huch. Das Motiv ist ja nur eine Dreckkruste, die sich ganz einfach wegwischen lässt. Hm. Da drunter sieht es ja ganz genau so aus. Was für ein Zufall. Vielleicht ist das umgedrehte C so eine Art kleiner Hügel gewesen. So hier voll blinden Schrift, sodass auch Blinde erkennen können, dass es da lang zum Telefon geht. Und darauf hat sich dann Dreck und Staub gebildet. Weiß. Weißer Dreck und weißes Staub. Also was der weiße Dreck jetzt genau ist, darauf, das möchte ich gar nicht erst wissen. Darauf möchte ich auch nicht weiter vorbeingehen. Aber auf alle Fälle könnte es ja so sein. Geil. Jetzt verzieren wir noch das schöne Telefonschild. Und noch ein Zehner gehabt. Es ist nicht festgeschraubt. Oh. Es hält einzig durch das Wunder subatomare Anziehungskräfte. Geil. Poetisch und deprimierend zugleich. Ja, die sind alle hinter Gittern. Das ist schon ein bisschen deprimierend. Aber vielleicht sind sie auch vor Gittern. Obwohl, ne. Hier sieht man, dass der hinter Gittern ist, weil das Gitter hinter ihnen noch weiter geht. Aber der, der muss nicht hinter Gittern sein. Der kann auch vor Gittern sein. Ich lasse es lieber dort. Der Künstler scheint bereit sein hartes Leben zu führen. Ohne, dass jemand rumgeht und seine Kunstwerke stiehlt. Oh. Aber du könntest ja Geld hinlegen, da hätte jemand das Kunstwerk gekauft. Das würde dem Künstler vielleicht helfen. Und ich weiß nicht, ich könnte mich jetzt erinnern, aber war Gittern nicht auch irgendeine Stadt in Hessen oder so? Hallo, kleiner Vogel. Was bedrückt dich so sehr? Ich will hier raus. Ich kann dich gut verstehen. Oder war das Sachsen-Anhalt? Keine Ahnung, aber auf alle Fälle gab es, glaube ich, eine Stadt, die heißt Gittern. Ich lasse es lieber dort. Der Künstler scheint bereit sein hartes Leben zu führen. Ohne... Ui, das gefällt mir tatsächlich. Ja, mir auch, kleiner Kumpel. Lass uns dem Vogel einen Schnurrbart malen. Ach, Harvey. Mag Polly vielleicht einen Keks haben? Polly will am Arsch deiner Mama knabbern. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Nein, das soll heil... Captain Unbrauchbar hat die Fähigkeit, mysteriöse Muster auf den Rand seines Sudoku-Heftes zu zeichnen. Geil! Verboten gut. Echt mal, aber auch deprimierend. Jetzt kommt mir dieses Formular plötzlich wie Papierverschwendung vor. Ja, daraus hätte man auch so ein geiles Kunstwerk erschaffen können. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Okay. Nein, das... Jo. Delikat. Aber auch deprimierend. Cool. Aber auch deprimierend. Ne, das... Nein, das... Nein. Jo. Und... Nein, das... Jo. Ne, Harvey nicht. Dann erstmal ansehen mit dem Münztelefon. Ein Telefon. Endlich kann ich mit einem Anwalt telefonieren. Wenn ich mich nur an die Nummer erinnern könnte. Das Problem hat Käpt'n unbrauchbar auf. Halb so tragisch. Es ist ohnehin kaputt. Der Hörer fehlt. Vielleicht ist da ein kabelloses Telefon und das hier ist nur... ...zor Verzierungen gedacht. Fest an der Wand verschraubt. Aber das ist halb so tragisch. Es ist ohnehin kaputt. Der Hörer fehlt. Vielleicht ist da ein kabelloses Telefon und das hier ist nur... ...zor Verzierungen gedacht. Und jetzt muss ich nochmal gucken, was es überhaupt alles gibt. Eine W-Scheibe, Münz-Schlitz, Gabel, Münz-Schacht und Kabel. Wir haben auch eine Gabel. Vielleicht können wir Gabel mit Gabel kombinieren. Keine Chance, es ist kaputt. Der Hörer fehlt. Vielleicht ist da auch ein kabelloses Telefon und das Kabel hier ist nur... ...zor Verzierungen gedacht. Wenn sie sich tausendmal wiederholt, darf ich das auch. Mist. Der Hörer fehlt. Gut, jetzt hat sie nicht gesagt, dass es kaputt ist. Guck mal, Harvey. Ein... Ja, ja, ein Münz-Telefon. Du musst mir nicht immer alles zeigen. Ich habe auch Augen im Kopf, weißt du. Das schon. Aber sie sind nur aufgenäht. Genau. Also geht mal nicht so an, Harvey. Ätna, alles Geht, was da drin ist, gehört uns. Lieber nicht. Vielleicht ist es die einzige Verbindung nach draußen. Es gibt doch noch ein Fenster hier. In diesem Bild macht Captain Unbrauchbar von seinem Recht Gebrauch, seinen Anwalt anzurufen. Aber er hat seine Nummer vergessen, oder? Ja, das wollte ich gar nicht. Ja. Inspektor Conrad gelang es schließlich, den Anruf zurück zu verfolgen. Er kam vom Telefon. Was? Oh, wow. Das wird ja nur ein richtiger Krimi hier. Ich brauche keinen Antrag, um zu telefonieren. Ich brauche den Hörer. Das weißt du nicht hier in diesem Laden. Also ich wette, hier braucht man auch noch einen Antrag dafür. Hm, da ist mir wohl jemand zuvor gekommen. Mist. Es hat schon eine Gabel. Was fehlt, ist der Hörer. Müssen wir jetzt auch, als er irgendwie an den Hörer kommt dann. Darüber wäre ich nie in mein Leben gekommen. Geht nicht. Das Mundstück fehlt. Aber ein Hörer kommt doch normalerweise ans Ohr. Und nicht an den Mund. Der schmeckt doch nicht. Glaube ich. Alle Vorsicht würde hier zu spät kommen. Das ist die richtige Einstellung. Lieber nicht. Vielleicht ist es die einzige. Denkt sich auch so ein Feuerwehrmann, wenn er eine komplette Hütte abfackelt. Alle Vorsicht würde hier zu spät kommen. Einfach rein. Kerngedanke. Lieber nicht. Ich fürchte, ich kann es nicht reparieren. Du vielleicht, Harvey? Ich fürchte, ich habe nur destruktive Eigenschaften. Was ist mit deinem schmuseweichen Fell? Ich schmiege jeden zu Tode, der mir begegnet. Huah! 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 Hu! Der Hörer fehlt. Weil willst du wissen, dass es kaputt ist? Das kann ja auch ein kabellos Telefon sein. Das Kabel hier unten, das kann nur zur Verzierte da hängen. Hallo? Kein Amt. Kein Wunder. Der Hörer fehlt. Oder vielleicht, weil es Beamten sind und die sowieso so langsam sind, dass sie den Hörer erst noch 10 Stunden abnehmen können. Ich glaube, hier fehlt was, Harvey. Ja! Eine radioaktive Weltraumsonde. Ich dachte mehr an einen Hörer. Da fehlt also keine radioaktive Weltraumsonde? Keine radioaktive Weltraumsonde. Nein. Worauf wartest du denn noch? Schnell Schutzanzug! Schutzanzug! Da muss eine radioaktive Weltraumsonde fehlen. Ich mein... Wieso denn ein Hörer? Wir brauchen noch niemanden, der uns zuhört. Wir brauchen eine fucking Weltraumsonde. Radioaktiv! Da fehlt was anderes. Ja, noch nie Indiana Jones geguckt? Da fehlt was anderes. Naja, noch nie, ähm, Indiana Jones geguckt? In diesem Bild macht Captain Unbrau... Schon wieder. Da fehlt was anderes. Naja, noch nie, ähm, Indiana Jones geguckt? Da fehlt was anderes. Naja, noch nie, ähm, Indiana Jones geguckt? Da fehlt was anderes. Naja, noch nie, ähm, Indiana Jones geguckt? Komisch, die sehen sich gar nicht ähnlich Echt mal, wir haben eine wesentlich schönere Gabel als die Und das meine ich jetzt nicht rassistisch, nur weil unsere Silber ist und die schwarz Da fehlt was anderes Naja, noch nie, ähm, Indiana Jones geguckt Da fehlt was anderes Naja, noch nie, ähm, Indiana Jones geguckt Da fehlt was anderes Naja, noch nie, ähm, Indiana Jones geguckt Da fehlt was anderes Naja, noch nie, ähm, Indiana Jones geguckt Da fehlt was anderes Naja, noch nie, ähm Oh Gott, würdest du bitte deine saudämliche Fresse halten So viele mögliche Telefonnummern und so wenige Finger, um sie zu wählen Theoretisch reicht ja einer Wenn ich das nehmen würde, könnte ich mit Fug und Recht behaupten, die Wahl zu haben Und wenn ich die Wahl hätte, würde ich das nehmen Leider habe ich nicht die Wahl, denn es ist fest mit dem Telefon verbunden Oh, grausames Wortspiel Außerdem kann man auch nur einmal alle vier Jahre wählen Also bringt das auch nicht viel Hallo Wählscheibe Bei den letzten Wahlen habe ich für dich gestimmt Ach, du warst das Hm, das hatte keinen Effekt Wir haben jetzt quasi jemanden angehoben Er ist noch nicht rangegangen Oder Juppie, telefoniert jetzt mit wem anders Kein Interesse Ich bin nicht Wähler Über mich hat man sich da letztens übelst aufgeregt Und jetzt hier bei Harvey passiert nichts Ungerechte Welt Diese Option steht leider nicht zur Auswahl Oh Gott Oh Gott Diese Option steht leider nicht zur Auswahl Oh 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 Diese Option steht... Also nichts Neues. So, dann haben wir noch einen Münzschlitz. Da kommen die Münzen rein. Geil, echt jetzt. Da kommen Münzen rein, nicht raus. Alles, was irgendwo reingeht, kann auch wieder raus. Dafür ist ein Schlitz da. Echo. 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 Dieser Münzschlitz funktioniert wie ein Wunschbrunnen. Man darf sich nur was wünschen, wenn man eine Münze reinwirft. Aber das heißt, man kann auch mit der Hand reingehen und tausende Münzen rausfischen. Echo. 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 Oh. Dieser Münzschlitz... Ich brauche eine Münze. Kriegen wir die jetzt schon wieder her. Aber nach allem, was Pocky da wieder gespoilert hat, sollte die Münze ja theoretisch hier rauskommen, oder nicht? Hast du etwas Kleingeld für mich, Harvey? Leider nein. Ich bin vollkommen pleite. Wer flucht der Raubkopf hier an? Da passen nur Münzen rein. Wenn du bei den Stiften ein bisschen was vorne abschraubst, könnte man versuchen, den Telefonapparat da zu verarschen, dass der uns eine Münze rausgibt. Da passen nur Münzen. Bisschen gegenhauen ist er auch aufgebrochen. Da haben wir auch ein paar Münzen. In diesem Bild pumpt sich Captain Unbrauchbar Kleingeld für den Waschsalon. Wieso das nicht... Ähm... Nützlichbäume. Da passen nur Münzen rein. Das ist auch eine Marke. Und ich meine, wenn die Werbung schon mal am Markt hieß, dann können wir dann das Auto reinstecken, oder nicht? Ich brauche keinen Antrag, um zu... Mal sehen, ob ich das Ding knacken kann. Fehlanzeige. Du hast viel zu wenig probiert. Aber wenigstens hat sie es jetzt mal probiert. Zwar nicht mit besonders viel Elan, aber sie hat es wenigstens probiert. Mal sehen, ob ich das Ding knacken kann. Fehlanzeige. Geht sie noch tiefer rein. Da passen nur Münzen rein. So ein Topf sieht mit Fantasie und Alkohol auch aus wie ein Topf. Da passen nur Münzen rein. Äh, wie ein Münster. Ja, der Topf sieht aus wie ein Topf. Lieber nicht, das könnte den Münzschlitz verstopfen. Hm. Lieber nicht, das... Mal sehen, ob ich das Ding knacken kann. Fehlanzeige. Der hat den Fußnagel auch einfach da rein quetschen können und da gucken können, ob das als Münze angenommen wird. Hier gibt es noch den Münzschacht. Leer. Leer. Oh. Hey, kriege ich nicht noch Wechselgeld? Nope. Nope. Leer. Oh. Guck mal, Harvey. Ein Schacht für Wechselgeld. Schau nach, was drin ist. Schau nach, was drin ist. Also, ich dachte, sie schaut jetzt nach, was drin ist. Da kommt nichts rein. Im Gegenteil, da kommt was raus. Hoffentlich. Wie gesagt, überall, wo was reinkommen kann, kann auch wieder was rauskommen. Das ist der Sinn von Schlitzen. Auch wenn dieser hier schon ziemlich ausgeweitet ist. Da kommt nichts rein. Hoffentlich. Da kommt nichts rein. So war bei Captain Unbrauchbar kommt da nichts rein. Das geht doch nicht. Da kommt nichts. Da kommt nichts offen. Da kommt nichts offen. Da kommt nichts offen. Ja, irgendwie verfliegen die Ideen, was man jetzt alles in Texten bringen kann, wirklich. Da kommt nichts rein. Offen. So allmählich. Da kommt... Oh, leer. Da kommt nichts. Da kommt nichts offen. Da kommt nichts offen. Ja, also nichts Neues. Dann schauen wir uns das kleine Kabel zum Verziert an. Ach, da liegt der Hase im Pfeffer. Was? Wo liegt welcher Hase? Das Kabel, du Dummi. Es ist durchtrennt. Darum funktioniert das Telefon nicht mehr. Ach so. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer diesen Hasen in den Pfeffer gelegt hat. Echt mal. Ich meine, Hasen dürfen nicht einfach in Pfeffer liegen. Das... Das schadet so einen Hasen. Wer ist so ein dämlicher Tierquäler? Wozu? Es ist kaputt. Das nenne ich Elan. Du bist richtig motiviert, Edna. Diese Leitung ist tot. Ich belebe sie wieder. Erste Hilfe... Erste Hilfe-Maßnahmen. Wozu? Es ist... Was hältst du davon, Harvey? Meine geheimen Hasenkräfte verraten mir, dass da etwas fehlt. Hasen-Man! Rabbit. Rabbit. Abkommen. Jetzt lässt mich schon den Kugelschreiber an den Stromkabel folgen. Ein kaputtes Kabel. Das sollte ich mir notieren. Aber auf den Kabel, ne? Das ist doch schon kaputt. Machst du noch mehr kaputt? In diesem Bild kauft sich Captain Unbrauchbar endlich ein schnurloses Unbrauchbar-Phone. Geil! Captain Unbrauchbar digitiert zu Captain Unbrauchbar mit schnurlosen Unbrauchbar-Phone. Inspektor Konrad ermittelt wegen Beschädigung öffentlichen Eigentums. Aber der Hauptverdächtige hat ein Ali-Bi. Ich war den ganzen Tag im Weltall. Mein Chauffeur kann das bezeugen. Nur weil er Ali heißt und bisexuell ist, heißt es nicht, dass er jetzt unschuldig ist. Davon wird es auch nicht wieder heil. Sicher? Das weißt du nicht, ehe du es mal ausprobierst. Das ist doch schon kaputt. Jo. Das ist doch schon... Jo. Davon wird es auch nicht wieder... Das weißt du nicht, ehe du es mal ausprobierst, Edna. Alle Vorsicht würde hier zu spät kommen. Die Story mit dem Feuerwehrmann bringe ich nicht nochmal. Davon wird es auch nicht wieder heil. Das weißt du nicht, ehe du es ausprobierst, Edna. Davon wird es auch nicht wieder heil. Das weißt du nicht, ehe du es ausprobierst, Edna. Da müsste ich schon Ingenieur der Medientechnik sein, um das zu reparieren. Wieso bist du es nicht? Stell dir mal was Gutes an mit deinem Leben. Aber noch das Sofa und die Lampe. Eine Lampe. Rubbel mal dran, vielleicht kommt ein Geist raus. Okay. Hey, warte. Die Lampe ist durch ein Kabel mit der Wand verbunden. Sehr clever. So kann man sie nicht klauen. Scheiße. Die sind uns einen Schritt voraus. Geist der Lampe, erfülle mir einen Wunsch. Ich höre. Bewahre den Spieler davor, alle Gegenstände nach versteckten Gags abzusuchen. Dein Wunsch ist mir Befehl. Das wird ein schlechter Geist sein, das ist ein Hochstapler. Wenn ich meine, das ist doch der Sinn des Games. Dann werde ich jetzt definitiv nicht damit aufhören. Hier ist es hell genug. No. Was hältst du von der Lampe, Harvey? Sie ist ein Instrument des Lichts. Wie ich? Was denn? Ich bin auch ein Instrument des Lichts. Das Licht hat mir zum Beispiel neulich befohlen, die Motten zu essen. Ach so, okay, das hat man ja schon. Ich habe eine Idee. Schon wieder die elektrische Zahnspange? Nein. Stifte mit eingebautem Solarium. Wer schreibt denn heute noch per Hand? Oh, eine Menge, Leute. Sie sind nur eben... Das hatten wir aber, glaube ich, auch schon. Ich habe eine Idee. Poloschläger mit eingebauter Beleuchtung. Wenn nachts die Sicherung ausfallen, kann man einfach in den Keller... Jo, das hatten wir ebenfalls schon. In diesem Bild gehen Captain Unbrauchbar die Ideen aus. Das ist doch Science Fiction. Ich meine, das ist Captain Unbrauchbar. Das ist kein Blaulicht. Meist blau an, dann ist Blaulicht. Nope. Kein verstecktes Wasserzeichen. Verdammt. Ich werde mir meine eigene Lampe schnitzen. Aber wo bekommen wir das Schnitzel her? Das hatten wir auch schon. Licht essen. Na ja. Nein, wenn dir doch... Sieh mal, Harvey. Ich habe einen Topf voll Licht. Schnell. Das hatten wir ebenfalls schon. Dann wird es bei dem Sofa, denke ich, auch nichts Neues mehr geben. Kann ich jetzt nicht die Topf lappen? Noch ist sie kalt. Sie wird wohl nicht oft angestellt. Soll ich... Mit deiner Hilfe. Ich will gar nicht wissen, wie der bei Licht aussieht. Würde ich auch ungerne wollen. Ich will gar nicht wissen... Was soll das? Siehst du nicht, dass er Angst vor Licht hat? Oh, der Ammerfußnagel. Von diesem Sofa hat jemand alle Polster entwendet. Das wird dann quasi dasselbe sein wie auf dem anderen Sofa. Im Watt. Wie geht es dir, Sofa? Ich fühle mich so... Nackt. Deswegen siehst du ja so geil aus, mein Kleiner. Nein. Erstens habe ich keine Zeit, mich auszuruhen. Zweitens hat jemand alle Polster entwendet. Diesen Dieb finden wir noch. Wir stecken diesen Po in Hintergittern. Guck mal, HW. Ein Sofa. Wie traurig. Du musst mir eins versprechen, Edna. Ja? Schick mich bitte nicht zum Polsterer, wenn dir mal das TFHSE ausgeht. Dir wird das TFHSE... Ich glaube, Harvey wird niemals das TFHSE ausgehen. Edna Woods. Yeah. Edna. Du geile Sau. Mal gucken, ob ich hier einen Schalldämpfer für meine Primärwaffe finde. Nein, die Polsterer sind alle leider schon weg. In diesem Bild muss Nützlich Boy wieder auf den... Tja, Nützlich Boy, hättest du dich mal nützlich gemacht. Das sitzt bereits lebenslängend. Jo, den Joke hat man auch schon ein paar Zehnmaler. Ich erledige den Papierkram später. Das ist die richtige Einstellung. Die habe ich auch jeden Tag. Jetzt hat das Sofa eine geile Narbe. Mit Narben sieht auch alles geil aus. Ich meine, willst du sie haben, dann brauchst du Narben. Wo wurde der jetzt reingestochen? Nein, danke. Ich esse lieber im Stehen. Ist immer noch unbequemer als im Sitzen, aber wer drauf steht... Die Topflappen sind ein Lieserersatz für die fehlenden Kissen. Das war witzig. Geil! Obwohl, das Rot sieht man nicht so gut auf den Rot des Sofas. Geil! Das Gelb, das sieht man wenigstens. Ja, die Ritzen sind ein guter Aufbewahrungsort. Ich komme später zurück und hole dich ab, kleiner Freund. Ach verdammt, jetzt fehlt uns der Fußnaukel. So, dann... Puh, wenn buss Psalms! Am Coinach means nur ein Bl 말씀드� rFlow, oder, bis zum nächsten Mal. 통 auf 교ft 1 in 12 Minuten住ms.